Vielen lieben Dank für die Einheitung zum zweiten Mal. Wir sind Aaron Heather und das erste, hier ist ganz ganz viel Platz, Rockmusik ist eine Kontaktsportart und wir würden uns mega freuen, wenn ihr uns noch ein bisschen mehr Wärme geben würdet. Also bitte aufstehen und nach vorne kommen. Wenn ihr Bock habt, kommt noch ein bisschen näher.